Sie sind hier, 2. Oktober 2018, 11.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Maya Gabbera aus Brasilien stellt einen neuen Weltrekord im Surfen auf Urheberrecht, Getty Images für die Profisurferin Maya Gabbera ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Brasilianerin hat sich im Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Die brasilianische Profisurferin Maya Gabbera hat die größte jemals von einer Frau gesurfte Welle bezwungen und es damit ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, Träume werden wahr. Danke an alle, die mich unterstützt haben, schrieb die 31-Jährige auf Facebook bereits im Januar war Gabbera an der Küste, Portugals die über 20,7 Meter hohe Riesenwelle geritten, nun wurde der Rekord von Guinness World Records offiziell anerkannt. 2013 war die Brasilianerin, die zu den besten Big Wave Surferinnen weltweit zählt, an gleicher Stelle bei einem Sturz fast ums Leben gekommen. Von Sportinformationsdienst Vomiet ? 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